2K So, du willst also noch eine Geschichte hören. Eine, in der sich das Schicksal von Pandora entscheidet. Wenn nicht Pech, ich erzähl sie dir trotzdem. Es begann mit der Kammer, ein Alien-Gefängnis, zu öffnen mit einem mystischen Schlüssel. Die Krieger, die die Kammer öffneten, fanden jedoch zu ihrer Enttäuschung nur einen Haufen Tentakel vor. Sie zogen davon, überzeugt, dass die Kammer keinerlei Schätze enthielt. Sie irrten sich. Die Öffnung der Kammer führte zur Bildung von Eridium, einem kostbaren Alien-Element. Bald tauchte das seltene Mineral überall auf Pandora auf. Sein Vorkommen lockte viele an, auch die Hyperion Corporation. Hyperion kam nach Pandora, um Eridium zu schürfen und für Ordnung auf dem Planeten zu sorgen. Bei Grabungen stieß Hyperion auf Hinweise auf eine noch größere Kammer. Ihr Boss schwor, sie zu finden und ihre Macht zu nutzen, um die Borderlands zu zivilisieren. Aber nicht nur Hyperion hat es auf die Macht der zweiten Kammer abgesehen. Dem Lockruf von Gefahr und Beute ist nicht leicht zu widerstehen. Bestimmte Krieger kamen in Scharen nach Pandora, um ihre Geheimnisse zu ergründen. Manche nennen solche Typen Abenteurer, andere Narren, ich nennen sie Kammerjäger. Unsere Geschichte beginnt mit ihnen. Und mit einem Mann namens Handsome Jack. 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Versteht mich nicht falsch, ist ja putzig, dass ihr glaubt, ihr werdet die Helden in diesem Abenteuer, aber das seid ihr nicht. Willkommen auf Pandora, Freunde. Na toll, noch ein toter Kammerjäger. Handsome Jet war fleißig. Moment, du bist nicht tot. Ja, jetzt komme ich von diesem Gletscher runter. Claptrap, dein metaphorisches Schiff ist endlich gekommen. Darf ich mich vorstellen? Ich bin ein CL4-PCP-Stewart-Bot. Aber meine Freunde nennen mich Claptrap. Oder sie würden mich so nennen, wenn sie noch leben würden. Oder je existiert hätten. Oh, ich hab da was für dich. Hier, nimm diesen Echo-Communicator, den ich ganz sicher nicht einer dieser Leichen abgenommen habe. Er ist mit einem Klasse-12-Heads-Up-Display und einer Mini-Karte ausgestattet. Und jetzt, mein Freund, schaffen wir dich rein. Fantastisch! Da ich jetzt einen mächtigen Kammerjäger getroffen habe, kann ich mich endlich dem Widerstand mit Sanctuary auslesen. Ja, 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 nicht nur Claptrap. Vom Tot erwachen ist nicht ganz so optimal. Hallo? Hi. Fah-wöhle. Claptrap-Crab. Ich erfriere dir bald alles, aber sei gewiss. Es gibt einen Grund, dass du noch lebst, und ich bin hier, um dir zu helfen. Gut. Also, eine Nervensäge und ein Helferlein. Irgendwie. Ich muss ihn mal, um sie aus dem Mod-Kip und Claptrap durchzustalten. Ganz ehrlich, das wird noch ein Rieses-Problem, der Kerl. Vorstellen, wer kennt wen, wer kennt wen nicht. Das bin ich. Hi. Hey. Mich kennt man nicht, aber mein Name. Das ist er. Ich. Mich kennt man nicht. Nee, bin ich. Mich kennt man auch. Wie wär's, wenn du mal was tust, dass man dich kennenlernt? Möglicherweise. Boah. Das ist Ritter. Cloppy und so. Cloppy und so. Ja, ja. Mit ganz vielen Nullen. So, erstmal das Elementar öffnen und dadurch zwölf Informationsfester durchgehen. Ja, stimmt. Das sollten wir jetzt schon machen. Dauert nämlich leider ewig. Oder auch nicht, weil wir nicht anders sehen können. Ach doch, jetzt. Okay, Elementar. Ich muss den Enter drücken. So, dann. Ja, 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 ja. Ein Kopf. Ja, 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 ja. Besser jetzt machen als dann später im Kampf. Dann wird's dann kritisch. Ach, das wär lustig, oder? Jo. Gut, bewegen wir uns erstmal von diesem Schrotzhaufen hier runter, denke ich, oder? Oder wollen wir jetzt schon Maffen austauschen, alles mögliche, und Freundschaft schließen? Freundschaft schließen? Du bist blödes Schaff, von weich an Ahnung, was los noch kommt. Bitte? Bitte? Von Freundschaft war ich nicht die Rede, oder? Ich auch. Ich hab' nicht Waffen ausgetauscht, ich hab' die Waffen nur mal... Was findest du? Der im saften Klang, sei bei Stimme! Ja. Bin ich der Einzige, der volles Leben hat? Ja? Ja. Cool. Dann geh' ich vor. Why ever? Wahrscheinlich, weil du dich irgendwie selbst teilen kannst. Nee, ich... Ja, wahrscheinlich. Komm, schieß! Yes! Eins. Voll? Das ist übrigens Munition gewesen. Ja... Und so. Ja, das wird ein Problem. Schlimm als es verhaut. Nee, das wird nicht unbedingt ein Problem. Ich denke schon. Nee. Wenn jeder das Nötigste hat, braucht er niemand mehr alles. Naja. Na, bewegt dich, hopp. Ein Medikid! Ein Medikid, ja, für mich. Nein, meins! Oh, ha, ha, ha. Hey! Nachdem ich am Anfang jetzt schon mehrfach gespielt hab', kann ich auch wirklich sagen, dass man jedes Mal andere Waffen zugetreibt bekommt. Okay. Das ist richtig, weil ich die Gefilde... Weil ich habe mit der Sirene schon mal angefangen, und ich habe jetzt eine ganz andere Sniper als vorher. Mal kurz gucken, wie ist die denn? Man kriegt immer so ein bisschen random Sachen. Ich meine, die Sniper... Die Sniper, finde ich ziemlich cool. Ist ja schon von da her. Loot! Hat der auch einen Sniper? Ey, halt! Warte doch nicht! Also. Viel zu hektisch! Ja, das wird nicht besser werden, wenn wir es so richtig spielen. Uuuuund! Öffne dich! Ja, ja... Loot! Kleiner Beitrag zur Erdnötungssicherheit! Man muss diese Bullimungs in Schaf halten, sonst reißen sie an die Augen los! Ja, ja... Mein zufällig im Briefkasten, aber ja. Was los? Ah ja, in den Briefkasten ist meistens Geld drin irgendwie, ne? Ja, renn du einfach komplett vor! Ja, aber auch nicht. Ich mein... Loot! Loot! Tut mir leid, wie es hier aussieht! Jack lädt alles, was er killt hier ab! Banditen, Kammerjäger, Clip-Trap-Einheiten! Wenn sich das jetzt fröhlich anhört, dann nur, weil das meine Standardstimme ist! In Wirklichkeit bin ich sehr deprimiert! Ja! Die Kreaturen in dieser Gegend sind gefährlich! Zum Beispiel dieser Bullimug namens Knuckle-Bragger hat alle getötet, die ich kannte! Wie auch immer! Ich habe eine Stimme in dem Schrank da drüben! Für Notfälle! Aber hier drin sind wir ja sicher! Sowieso. Ach! Ja, sicher! Ciao! Dein Auge! Können wir es nicht eigentlich einfach so lassen? Hätte er nicht das Sprachzentrum rausreißen können? Das wäre so praktisch gewesen! Hätte er nicht Täter mitnehmen können? Ja, das wäre auch praktisch gewesen! Ach, der führt uns hier durch, das ist besser! Vor langer Zeit veränderten vier Kammerjäger Pandora für immer! Nein, ich habe mir gerade nicht die Heildinger gehabt! Dank Handsome Jack braucht Pandora einen neuen Helden! Ich weiß, dass du dieser Held bist! Abgesehen von den entsetzlichen Schmerzen ist das alles super! Ich habe schon auf einen Kammerjäger gebar, für keine Hinten auf Sanctuary zu kommen! Ich werde dein weiser Anführer sein und du? Mein furchtloser Untertan und Handlanger! Ja, das üben wir nochmal, ne? Ja! Diese fiese Lache! Ey, wir haben... Wir haben jetzt alle eine Handfeuerwaffe bekommen! Die brauchen sie nicht, weil die schlecht ist! Ja! Ja, also... Na ja, Munition! Ja, ja, ich stecke fest! Ich stecke da fest! Äh, meins? Du tatest rechtstreckend, cool! So! Tu das! Gut, durch! Auf, weit sehender Untertan! Warte mich, bevor ich irgendwo anstoße! Äh, nein! Ich gehe davon aus, dass du das nicht gesehen hast! Sorry! Nein, haben wir nicht gesehen! Entschuldigt! Obwohl Lattenskyl dich geblendet hat, kenne ich mich auf diesem Gletscher aus! Jede Wette, wir finden ein Auge in Frostbite-Grunds! Äh, V war das, ja. Aber hier war er... Du kannst doch eh drücken! Ja, ja, ja. Er hilft dir, von diesem Gletscher herunter und nach Sanctuary zu kommen. Nur dort ist du in Sicherheit. Es stand halt V da dran, und ich war mir nicht ganz sicher, ob es jetzt F oder V war. Ich meinte nicht dich, ich meinte jetzt Mäde. Ich höre vor, die manns! Fast untertan! Ja, ich weiß. Kann uns nicht jemand anders helfen? Äh... Ach, die ist in Talang gelaufen! Juck. Komm. Eins darf. Wir haben das. Gibt's mir auch umsonst was? Wenn wir mein Auge nicht zurückkriegen, kommen wir wieder Sanctuary! Bei Simon. Wie der was war? Es leckt ein Stück weit. Die laufen nicht ganz flüssig, die Gegner. Ja. Ich mach's dich schwerer zu treffen. Schon wieder? Jack krempelt das Pandora auf links, um die Kammer zu finden. Es heißt, seine Pogungen verursachen diese Erdbeben. Entweder das, oder seine Lobie gerade aus dem Bett gestiegen. Sing! Du brauchst die Hilfe dieses lustigen kleinen Roboters, um Sanctuary zu erreichen. Die letzte Bastion des Widerstands gegen Jack. Und der einzige Ort, wo du sicher bist. Begib dich nach Sanctuary. Versnipen. Wo war das die letzte? Ja, ich glaub das war die bessere. Oh shit. Warte, komm. Du, ich, einer von uns wird sterben. Wahrscheinlich du! Schuss! Komm in klar, dann. Ja. Boom. Und fetter. Immer drauf hier. Wir sind einfach die Besten. Da kann man was, der Kampfer. Ich bin toll, dass man in keinem Fall fallen findet. Ich werde dir erklären, wie's hier läuft. Kammerjäger taunt auf. Kammerjäger sucht ein neuer Kammer. Kammerjäger wird gekillt von mir. Siehst du das Problem? Du lebst noch. Könntest du mir also einen Gefallen tun und dich selbst erledigen? Das wäre nett, Herzchen. Und öffne dich! Ich will mich aber gar nicht selber töten. Geht das überhaupt? Mein Auge ist wieder an. Ich sehe einen taften Untertan und einen unklapplichen Schnurrater. Das heißt, derjenige, der mein Auge hat, ist ganz nah. Tachchen. Hi. Er ist dein Name. Er ist dein Name. Ja. Er zieht seine Krippe. Die Steine. Die sind drauf hier. Ja, komm. Du brauchst nur rumzuleggen, wenn du dich bist. Bei mir lägt der jetzt gerade gar nicht mehr. Also, liegt wohl doch an dir. Aber ich bin's einfach belohnt. Das kann natürlich auch sein. Nein. Nein. Bleib denn. Ja. Ich hab ihn. Ich muss wieder nachladen. Ich muss wieder nachladen. Okay. Was ist das denn? Oh. Wenn du mir mein Auge zurückholen könntest. Oho. Du hast mein Auge. Spitze. Jetzt brauchen wir nur noch wen, der es mir wieder einsetzt. Ich kann mir zwar denken, wie gerne du mir deine Faust ins Gesicht stecken würdest. Ja, ja, wirklich ungewöhnlich. Gerne. Wer hat jetzt ne Revolver gekriegt? Revolver? Ja, das gekriegt. Ach, wahrscheinlich weil das da oben drauf liegt jetzt, ne? Ja. Der Loot ist jetzt, liegt jetzt oben auf dem Hyperion Teil. Geil. Gut gemacht. Flop. Aber wie wir alle wissen, braucht man ihn sowieso nicht. Naja. In dem Fall, ja, aber wenn das heutiger passiert, bist du sofort wieder aus dem Display raus. Es war fett, mich kennenzulernen. Von Bulli-Bungs gefressen zu werden, soll ja ein schöner Tod sein. Warte, ich mach das. Phasenverschiebung wird ausgeführt. Gern geschehen. Das ist der Vorteil, wenn man eine KI ist. Ich bin mit fast allem auf diesem Planeten vernetzt. Er hat dich um Hilfe gefragt. Es ist ein weiter Weg nach Sanctuary. Nimm bitte alles mit, was du für die Reise brauchst. Jawohl. Heißt alles Ammonie. Essen, schinken? Nein. Ich steh neben dir. Ja. Frag mir Bescheid, wenn du bereit bist. 2. Gehen wir zu dir, Schrot. So, mehr Moment. Erstmal ausrüsten hier. Was? Erstmal die Schrot abgezogen. Äh... Ich brauch sie nicht. Kommst du? Kommst du? Das ist irgendwie geiler. Okay. Gehen lang, Handlanger! Äh... Nein, das wollte ich eigentlich nicht da hinpacken, aber egal. Er hat hier die Doppelsniper. Warte, was für eine Doppelsniper? Du hast zwei Läufer an der Sniper. Ja, das ist korrekt. Aber das... Es wird irgendwie nur einer genutzt. Keine Ahnung. Ne, ne, die dreht sich. Nach jedem Schuss. Dreht sich? Moment. Ausprobieren. Ah, ja. Ich seh's. Ja, sanfter klagen. Ja. Maul. Wirklich. Du hast jetzt eine schöne Schrotztinsel. Geiles Ding. Ich bin erst diesem Ort. Die mit einem Schuss, wa? Äh... Ja, nein. Doch. Doch, ja. Dies Müll. So. Ruhig. Und wir reisen oder wir reisen? Wir reisen. Wir reisen. Ich reisen Ding. Hier geht's lang zum Southern Shelf unter... Ja, ja. Kein Stress. Look at this weapon we'll never have. Ja. Los wie in das? Seid wachsam untertan! Auf diesem Clencher herrscht ein Bandit namens Käpt'n Flint, der mich ein paar Monate als Feltobjekt festgehalten hat. Okay. Wir spielten Spiele wie... Oh. Auf bunter. Oh. Oh. Eine Million Mäuse. Oh. Und ich biete noch immer eine Belohnung für Roland, den Massenmörder und Anführer der Crimson Raiders. Weitmanns Heil, Bandit... Ich weiß nicht, so schlecht ist die Schwule eigentlich gar nicht. Ja. Warum ist der jetzt weggehüpft? Das ist eben Schwule, das hat viel Schaden, aber... Eigentlich... Oh. 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 So, das war's. Eine Million Mäuse? Okay Jungs, hier spricht Käpt'n Flint. Findet diesen Kammerjäger und bringt ihn zu mir! Sofort! Billi! Billi! R Passiert schon mal! Der Bánh, den wir schon beschossen vonilerin! Passiert schon mal. Tu, gehört einfach drüberhücken! Echt! Na, ja! Nebenbei, wenn das so aussieht, als würden wir den Anfang schon kennen. Ach, Dick, da muss ich den Anfang schon kennen. Ja, dann hat er es auch da noch mehr machen. Was? Hi. Da ist so ein Unterschied gekommen. Den da hinten mache ich gerade. So. Ich mach den Zoom an der Waffe, der ist richtig hoch. Ich bin doch voll gut, wie der Rambo-Spiel in Time-Energie. Ja, ne? Ja, du. Die sind doch Leute zu rennen. Verdammt! Okay, ich komm runter. Es ist doch nicht vorbei, du Arsch! Ich hab mich beleidigt. Könntest du deinem besten Freund Gladrap eingefallen tun und mein Auto reparieren? Nein. Ja, ich denke, ich stehe jetzt in eurer Schuld. Tu's nicht. Kommt zu meiner Berausung, dann stelle ich Claptraps Sehfähigkeit wieder her. Ich deaktiviere vorher noch den elektrischen Zaun für euch. Bleib bitte zurück, Kammerjäger. Lass Claptrap zuerst gehen. Ich wusste, Hannah Lopp würde es sich anders überlegen. Wir beide sind wie zwei Ärzten in einer Hülle. Zwei Kugeln in einem Magazin. Zwei Fahrkannibalen im Brustkasten. Jo. Verzeihung, aber wenn Claptrap spricht, meine ich meine Gehirnzellen begehen alle einzelnen Selbstmord. Ich komme gleich raus. Okay. Sir. Sir. Freut mich dich kennenzulernen Kammerjäger. Ich bin schon Kammer. Sir indeed. Stets zu Diensten. Komm mal, ich will uns vor allem nach nachzuerforschen, aber Captain Flints Manor setzt mich auf diesem Gletscher fest. Danke übrigens, dass du ihn gekillt hast. Er hat also eine direkte Konfrontation mit Jack überlebt und Captain Flints war nicht besiegt. Ja, gerade lüten. Und glücklich. Ich bin auch nach Sanctuary unterwegs und ich glaube die Crimson Raiders könnten einen Helden wie dich gebrauchen. Wenn du mir jetzt bitte das Wort... Robert Arau gegeben würdest. ich muss nur das hier mit dem hier verbinden und das war es auch schon ich stehe direkt hier jetzt wieder anschalten in dieser stadt gibt es unzählige Dinge die einen draufgängerischen Killer wie dir nützlich sein könnten wie ich sehe sucht unser furchtloser Anführer Jack nach dir Schamante Kerl was schön 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 aber dann Waffen nicht gefunden haben aber sind auch Level 3 und 4 war man nicht damals schon Level 3 als wir hier waren die Bahn 3 als wir das zweite mal hier waren exkrimente nochmal das schwarze Brett ist kaputt der Widerstand muss es deaktivieren einsteig Tja machen wir doch mal einfach so mit dem reden oder Moment erst mal Aussehen würde ich auch sagen die Tradition angeheizt soll ich was sagen? Gelb sieht scheiße aus ich mag mein Aussehen ich bin nur zufrieden so Waffen 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 mag mein Aussehen eigentlich auch ich hab glaub die Hose wär schwarz und nicht grün aber hhm hm 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 hm향 wie ne..nein die wollte ich nicht Endermost rüsten da hin so. Schild kann ich noch nicht aufs rüsten Okay. So. Ja. Oh, den Berg säubern. Passt. Äh, Berg säubern? Berg säubern. Berg säubern. Abschluss. Ah, ich muss glaub ich auch noch mit dem Typen reden. Ich glaub jeder muss einzeln mit dem Typen reden. Ich glaub so, okay. Jo, scheint so. Nein, gleich wegschmeißen. Ah. Wow. Das war ein Schlag. Oh, die Dinger haben viel zu viele Arme. So. Verwirrung. Da kommen noch mehr. Ja. Oh Gott. Wir sind immer verreckt, immer verreckt, immer verreckt. Nein, nein, ich verrecke nicht. Wenn wir den vielleicht lassen... Ah, ich würd kaum wieder reden. Mensch. Oh. Nicht von dir. Okay. Ein Bully-Mong-Freie gegen Meer. Das wäre natürlich noch viel schöner, wenn irgendwer in Lajersburg noch am Leben wäre, um deinen Sieg zu feiern. Aber trotzdem. Gut gemacht. Den HP aufsammeln wir. Jo. Praktisch. Hier. So. Kann ich... Kram jetzt ausrüsten. Ja, kann ich sogar. Hoho. Ich hab noch nicht mit dem Kerl geredet, Moment. Obwohl ich hab nicht mit dem Level aufgestiegen. Gar nichts. Muss ich gucken, muss ich mit dir reden? Ne, muss ich nicht. Erklär es nochmal, Amigo! Ihnen der Recolke! Du wirst sterben, bevor du die Kammer erreichst, du Wahnsinniger! Bevor du an meinen Hauch ihrer Macht spürst! Wirst du zigtausendfach erschossen! Und verbrannt! Und jeder ist doch nur zerfleischt! An diesem Satz hat mir einfach alles gefallen! Danke für den Hinweis, Amigo! Du verblendeter Psychopath! Sobald ich zurück zu meinen Männern komme, werden wir mit Verstärkung wiederkehren! Du und jeder in diesem widerwärtigen Dorf! All die alten Männer, all die Frauen, all die Kinder! Ihr werdet alle brennen! Was war das? Ich hab's nicht gehört! Dein Arm hat beim Brechen so laut geknackt! Wir müssen das unter hier säubern, ne? Ja, ja. Ich fang da mal an, ne? Ja, Moment, ich muss grad hier nochmal Waffen und so weiter durchgehen, kurz. Ich hab keine Waffen, die ich durchgehen könnte. Ach ja, wir müssen da unten hin! Stimmt, ich erinnere mich. Ja, ran! Ne, nein, nicht nur... Nicht nur mein Zementar! Los! Ran! So, steckt hier, da steckt hier! Stecken wieder! So, da unten stecken Feinde! Das war mein Kill! Ja, und was mit dem? Sehen! Boah! Ist effizient! Die Bulli-Mongs werden es sich künftig zwei mal überlegen, bevor sie friedliche Städte überfallen. Hoffentlich jedenfalls! Kehr bitte zum schwarzen Dreck zurück! Find ich auch! Manni und so! Ah ja. Ja, Waffen kriegen wir noch genug und Geld ist jetzt so, wie ich gesehen hab, nicht so das Problem. Ja, doch, doch. Wird so langsam wie möglich sterben, ja? Das ist ja auch ein Schildkarock. So, und wieder hoch. Yay. Ja, kennt man doch. Runter, wieder hoch. Mhm. Nocoyle bleibt oben. Ja, ja, ich hab doch geschneifert. Ja. So, mal gucken, inwiefern ist diese Waffe besser? 87039 Ja, die ist besser, glaub ich. So, auf den Aufzug. Ähm, okay, dann halt nicht die anderen nehmen Quest. Müssen wir eh später. Die können wir da nachher tun. Das ist jahreschön. Hab ich. Toller Quest-Name. Weißt du, was du auch mal aufmachen, ne? Ich hab gedacht, das würdest du schon schaffen. Ja, hab ich dann ja auch. Ja. Ja.